Hi, mein Name ist Alex. Ich studiere mittlerweile im ersten Mastersemester Medizintechnik an der Hochschule Trier. Fürs Studium an der Hochschule habe ich mich entschieden, weil ich es toll finde, dass man etwas Physikalisches wie Technik verbinden kann mit der Medizin. Ich finde es immer super interessant, wenn man diese ganzen Gerätschaften in einem Krankenhaus sieht, zu erfahren, welche Technik da dahinter steckt und wie man den Menschen besser helfen kann. Die schönsten Erfahrungen in meinem Studium waren natürlich die Sommerfeste an der Hochschule Trier, dann die Kneipentouren und ganz toll finde ich es auch, dass wir hier ein Volleyballfeld haben, bei dem wir uns auch im Sommer nachmittags zusammen mit Freunden auf ein Bierchen treffen können und ein bisschen Volleyball spielen und die Seele baumeln lassen können. An meine Projekt- und Bachelorarbeit zur Ganganalyse bin ich durch Herrn Prof. Dr. Koch gekommen. Ich finde es sehr toll, dass man die erlernten Sachen vom Studium direkt auch anwenden kann in der Praxis. Und es war mir sehr wichtig für meine persönliche Entscheidung, da entsprechend schon den Fokus draufzulegen. Und deshalb habe ich mich mit der IEI SA Luxemburg zusammengetan, um dann auch etwas, was schon in der Wirtschaft angewendet wird, weiterzuentwickeln.